Ciao Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video mit dabei, heute liebe Jessie. Was geht? Hallihallo. Hallöchen. Ihr kennt Jessie vielleicht noch auf dem Video mit Maxify. Hallo Maxify. Hi. Maxify ist gerade auch dabei, der spielt aber nicht mit, weil der Maxify muss nämlich gerade noch arbeiten und der hat morgen nämlich noch Englisch Vokabeltest und deshalb muss er noch lernen. Also hat er keine Zeit. Leute, wir machen jetzt ein kleines Kill-Duell. Jessie ist einer der besten Fortnite-Spielerin Deutschlands und ich dachte mir, ich gönne mir mal die Blöße und spiele jetzt hier komplett uneingespielt morgens um 9 Uhr mit ihr gegen Squats ohne auffüllen. Ja, wird auf jeden Fall nice. Jessie, ganz kurze Frage. Wollen wir es tatsächlich so machen, als wenn ich am Boden liege, dass du mich trotzdem noch hochhebst, weil sonst geht das ja komplett an einem vorbei, weil dann sitze ich ja in der Höhe und reagiere, Alter. Also ich bin mir auf jeden Fall bewusst, Leute, dass ich das Ding auf jeden Fall hier auch so verlieren werde. Das passt aber schon, weil ich ein gutes Video daraus haue, also das ist ja die Hauptsache, oder Leute? Übrigens kann man hier im Item-Shop unten rechts irgendwas eingeben. Ich glaube, wenn man da Revenzeit eingibt, dann passiert was ganz magisches. Probiert es mal aus und dann kauft ihr am besten damit 20 Skins. Dann solltet ihr eine große Überraschung erhalten. Ich nehme euch die Überraschung kurz vorweg. Die Überraschung ist, dass ihr mich entfordert unterstützt. Arschgeile Nummer. So, los geht's. Meine Stimme ist gefühlt 10 Oktaven tiefer, Alter, weil ich erst vor einer Stunde aufgestanden bin, wirklich. Ich kenne das. Guten Morgen, meine Freundin. Na, das ist in Ordnung bei euch hier. Ich meine, das ist gar nicht geil, oder nicht? Okay, Jessie, guck mal, hier ist schon ein No-Skin. Vielleicht haben wir Glück und wir haben nur No-Skins ingame. Guck mal, der hat sogar die No-Skin-Hacke. Dann bewegt sich auch genauso. Da haben wir noch ganz viele No-Skins rum. Guck dir mal an. Hä? Ist es morgens immer so ein Ding? Nein, eigentlich nicht. Vielleicht haben wir richtig Glück. Alter, Maxi, meinst du, wir haben Glück, dass wir richtige No-Skin-Lobby bekommen? Ja. Meinst du, ich habe eine Chance gegen sie? Ja. Aber ich kann ganz schnell editieren. Ich kann ganz schnell editieren. Der No-Skin macht alles kaputt. Guck mal. Okay, landen wir in Pleasant? Ja, können wir machen. Okay, gut, ich bin mal gespannt. Landen wir trotzdem so ein Beieinander, dass, falls das passiert, man sich trotzdem gegenseitig noch hilft? Oder ist es so ein Ding, ich lande in Pleasant und du in Prattlefields und wir gucken einfach mal, wie es läuft? Nein, wir landen zusammen. Das ist okay. Okay, auf Ehre, Jessie. Ehren-Jessie, Alter. Ehren-Jessie in die Kommentare. Ich findest du meinen Quallengleiter? Wunderschön. Den hat der Wife mir gekauft. Ich habe ihn dazu gezwungen. Schön, oder? Ja. Moin, Leute. Ja, Trimax hier. Sehr schön. Okay, hast du eine Waffe? Ja. Ja, cool, ich auch nicht. Ah ja, du hast schon die ersten Kills, merke ich gerade. Bei mir im Haus ist gar keine Waffe mal wieder. Es geht schon wieder arschgeil los, Leute, ja? Ich habe sie mir wahrscheinlich alle nur gesnackt, weißt du? Okay, sind hier irgendwo Gegner tatsächlich? Also, ich habe einen genockt. Ich habe sonst keinen gesehen jetzt gerade oder ich höre auch gerade niemanden, aber es gibt bestimmt noch welche hier. Da hinten im Parkhaus, da sind welche. Parkhaus nicht. Parkhaus? In der Tankstelle, maybe? Ja. Pull sie dir. Oh, das war aber schon ganz schön lost, Alter, von mir gerade. Ich war aber gerade auch raus, muss ich dazu sagen. Das war jetzt nicht so stark. Aber, 2 zu 1 Kills, hä? Ist noch klar. Ist noch sehr, Rewi. Okay, Maxi, ich führe gerade, ich gewinne. Ach, Maxi, ist das egal, er hat dich schon gemutet. Naja, egal. Findest du diese neue Pump geil oder nicht? Sei mal ehrlich. Ähm, nicht so. Ich finde, sie macht zu wenig Damage. Auf jeden Fall, oder? Aber du kannst halt mit der übel Spam, ne? Ja, das ist aber ziemlich nervig, finde ich. Du musst halt Gegner-Plane und Outmobile. Du natürlich Full-Schild, ich mal wieder gar nichts. Das passt auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall schon mal ein ziemlich starker Anfang von mir. Da war auf jeden Fall mein Aim bei dem zweiten Spieler absolut drauf. Was ist dein, was hast du nochmal gesagt? Was war dein Kill-Rekord? Gestern, 18. 18? Oh, lol, meine auch. Aber das ist Season 3 gewesen. Also eigentlich ist es echt, äh, naja, egal. Also Season 3, 18 Kills ist eigentlich echt noch schlecht, weil Season 3 waren halt alle Spieler sehr, sehr schlecht tatsächlich. Ich bin damit fein, ich bin damit cool. Das ist Season 3, ach, das ist okay, es ist okay. OG Season, Digga, OG Season. War eine gute Zeit eigentlich. Hat immer Spaß gemacht. Da habe ich angefangen zu spielen. Echt jetzt? Ich habe Season 2 angefangen tatsächlich. Merkt man aber nicht. Naja, es ist halt, war es halt ein bisschen unaktiv. Ja, ich habe halt nicht den ganzen Tag gespielt und nicht den ganzen Tag Playground gemacht, weißt du? Ich habe noch nie in meinem Leben, außer das eine Mal, wo ich mit Trimace gespielt habe, Playground so wirklich gespielt. Noch nie außer das eine Mal? Ah ja, okay. Also, ja, also tatsächlich. Ich habe auch nur ein oder zweimal Playground gespielt, so. Ja, 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 wen willst du hier anlügen? Okay, Jessie, was machen wir? Ich glaube, es ist Zeit. Ähm, die Gegner killen. Richtig. Guck mal, ich habe hier noch extra ein Slap für dich. Ehren, Jessie. Wieso haben sie eigentlich das Dena-Haus hier kaputt gemacht? Kannst du es Slurp juggeln? Nee, ne? Die sind irgendwelche geriftet. Da oben fliegt einer. Oh, warum call ich den? Oh mein Gott, ich bin so low. Ich bin down. Und er wird mich finishen wahrscheinlich. Und er verschwindet, Alter. Das ist tatsächlich belastend. Oh, oh, Jessie. Oh, oh. Oh, Jessie. Oh, oh. Ah, lost. Oh, oh. Ich hole dich mal hoch, ne? Ehre. Mm-mm. Das war kein guter Trade. Vorher hatte ich mehr Metz. Oh Gott, ich hasse mein Leben so sehr, Alter. Wie viel Pech kann man bitte haben? Achtung. Granaten. Kann der eine Hedgehot bekommen? Der eine? Ja, die wollen die Hände. Ja. Was? Das ist deren Team-Ate. Die holen sich einfach alle weg. Go away, go away, go away. Geht zu anderen. Okay, wo hast du jemanden gesehen? Ich muss sie mir holen. Wo sie dir wegsneaken? Hinten sind welche. Warum markiere ich die eigentlich die Gegner? Gute Frage. Nein, Jessie. Warum machst du das? Wieso stealst du? So spielen wir doch nicht. Oh mein Gott. Was? Er ist zwischen den Bäumen und hat er mich geschossen. Wie geht es hat sie? Vier. Ich habe mehr. Ja. Ich werde jetzt gleich gefinisht. Ey, Digga. Von einem Random einfach wieder. Der nichts mit mir zu tun hat. Ah. One pop, let's go. Ehrenlos. Okay. 5-5, Jessie. Okay. Ich würde sagen, das geht auf jeden Fall noch besser. Das war auf jeden Fall jetzt schon mal in Ordnung. 20 Minuten später. Meine Freunde, ich fasse ganz so sehr zusammen, was passiert ist. Ja, ich fasse das Game. Das ist doch nicht wahr, Digga. Ich bin down. Ich bin safe down. Ja, Digga. Komm, ey. Das ist doch nicht wahr. Ich kann mal denn nur so viel Pech haben, Mann. Oh mein Gott. Mein Sch**te. Nein. Gar nicht. Das ist gut. Meine Maus klemmt. Oh mein Gott. Sie klebt. Meine Maus klemmt. Meine Maustaste klemmt. Ich habe sie kaputt gemacht. Oh nein. Oh nein. Bitte nicht. Oh mein Gott. Ich habe meine Maus kaputt gemacht. Ich könnte ausrasten. Ich könnte ausrasten. Das ist nicht wahr. Das muss ich gleich erstmal ändern, ne? Oh mein Sch**t. Was ist denn das jetzt? Das ist doch nicht wahr, oder? Ich bin ein bisschen zu lost. Ich kann keine... Oh Mann. Ich... Ist okay, ist okay. Oh, ich hasse dieses... Mann, ey. Wirklich. Ey, das ist doch nicht wahr, Mann. Filio, ich habe schon fünfmal das kaputt gemacht. Mach dir nichts raus. Ich bin so tippt. Ey, Mann. Ich habe keine Maus mehr. Ich hoffe, die hat hier wenigstens Tasten an der Seite. Oh mein Gott. Jetzt muss ich in einer anderen Maus spielen, ey. Oh mein Gott, ist die hässlich. Oh, ich kotze gleich. Ja. Die ist viel, viel kleiner, als die die Maus, die ich vorher hatte. Ach, nee. Los. Oh, oh. Komm her. Das ist gerade wirklich das schrecklichste Fortnaderlebnis meines Lebens, was ich jemals hatte. Oh, komm her. Los. Oh, ich... Ey, Jessie, ich schwöre, ich raste hier aus. Ich raste hier echt komplett aus. Ich mache die nächste Maus kaputt. Ja, fehl ich mich doch noch. Nein, bitte nicht. Ich will irgendwas kaputt machen. Ich habe die ganze Zeit nur Pech. Wirklich. Hört auch mal dazu. Man kann nicht immer eine gute Fortnaderunde haben, Revi. Das mit der Maus ist aber wirklich am schlimmsten für mich gerade. Das macht es mich so betroffen. Okay. Ich bin so froh, dass ich heute nicht nochmal irgendwas aufnehmen muss oder streamen muss oder so. Dann habe ich morgen schon meine neue Maus hoffentlich und alles ist gut. Das ist gut. 3 zu 1 steht es Solo vs. Squad. Also Duo vs. Squad, aber wir spielen ja gegeneinander. Also eigentlich ist es immer noch Duo vs. Squad. Und ja, ich habe eine Maus währenddessen kaputt gemacht. Also stark. Bis jetzt ist Bilanz auf jeden Fall echt erfolgreich von diesem Video. Jessie hat die letzte Runde mit 9 zu 2, glaube ich, gewonnen. Das ist immer noch nicht stark von dir, Jessie. Das kannst du besser. Aber das ist schon mal akzeptabel. Das sieht einfach so. Nicht komisch. Achtung. Und ich kassiere wieder beides und werde gefinished. Kann mich immer dreimal ein wenig Glück in diesem Leben wünschen. Wie viele Kills hast du jetzt schon wieder? 4. Was anderes können sie nicht. Das ist nicht wahr. Ich kann nicht bauen wegen diesem Sch***geschütz. Ich bin jetzt gerade dieser Spieler, den ich so hasse. Was ist denn das? Lost. Sorry, aber das war wirklich sehr lost. Der ist mir, der ist mir, der ist mir. Don't steal it. Oh, hat schon Hedgehardt. Alter, der hat mir gerade einen Laser gegeben. Hast du nochmal was zum Healen? Ich habe gar nichts. Was ist denn, mate? Jetzt reicht es. Ich habe gerade Verbindungs-Lags noch. Jessie, ich glaube, heute sabotiert mich komplett Fortnite. Ehrlich. Ich glaube auch, sie wollen einfach nicht, dass du mit mir spielst. Sie wollen einfach nicht, dass ich gegen dich gewinne. Okay, das mit der Maus war ich selber. Das gebe ich zu, Leute. Das war Selbstsabotage. Aber das andere, also das, naja, gut. Ich schieße. Oh mein Gott, Jessie, das ist der beste Spieler der Welt. Nein, du holst ihn dir, oder? Bitte nicht. Ja, too late. Ich disconnecte gleich, ich disconnecte gleich wirklich. Das war für den Stil. Baby, also ich kriege doch wenigstens die Combat wieder, oder? Nein. Hallo, er hat noch viel. Wie viel, jetzt hast du sieben, ne? Ja. Egal, ich frage gleich eigentlich, sie sabotieren. Ja, komm, na los. Digger, und ich kassiere wieder einen Laser von allen Leuten. Ich bin so, ich bin so, ich bin so, der hat man mit dieser Maus. Das macht doch kein, das macht keine. Ey, ich will irgendwas kaputt machen. Wirklich, Mann. Ach so, Rewi. No, no, Mann, ich ist kaputt. Ich habe meine Fortnite-Flasche kaputt gemacht. Sie ist jetzt verbeult. Oh, no. Jessie hat gewonnen, ganz klar. Guckt euch mal an, wie kann ich da nicht schießen, Alter? Das ist keine Maus, das ist ein Kinderspielzeug, ist das. Weil ich die Maus so halten muss mit meiner riesigen Hand. Ich muss die halten, als würde ich einen Hamster in die Hand nehmen, Digga. Das ist nicht normal. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Der arme Hamster. Meine Hand. Ich bin raus, das war's. Auf Wiedersehen. Ich habe keine Lust mehr. Ich spiele dieses Spiel nicht mehr. Tschüss.